Ich freue mich wahnsinnig darauf, dieses Jahr im Winter ins Wallis zu kommen für ein wunderbares Frauenretreat, zu dem ich dich jetzt schon ganz herzlich einladen möchte. Es wird darum gehen, wie wir in unsere weibliche Kraft kommen können, wie wir im Alltag mit Freude, gesund und strahlend schön unsere alltäglichen Aufgaben bewältigen können, wie wir unsere innere Göttin zum Strahlen bringen und es wäre großartig, wenn du dabei sein würdest.